So Leute, da sind wir wieder bei Conker's Bad for Day. Und, äh, Conker macht irgendwie komische Sachen. Ja, spiel das mal Game Boy. Aber da haben wir keine Zeit, Conker. Wir müssen da runter. Ich glaube, wir müssen da runter. Spring einfach mal und dann wissen wir mehr Bescheid. So, Kollege, noch alles dran da unten? Der muss aber auch echt da nicht nachquatschen. Oh, tut mir leid. Ja, Kollege, lass das mal. Oh, danke, Mr. Eichhörnchen. Die standen da gerade voll als tief. Nee, die Szene war jetzt zu geil. Was lacht ihr so blöd? Äh, ein... So cool immer. Ey, Conker, was machst du da? Voller Maulgestopfen, geil. Okay. Ist eine lustige Idee. Aber... Hä? Wie soll ich das denn jetzt machen? Einfach auf den drauf springen oder was? Ach so. Okay. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Äh. Momentchen, wie kann ich denn pieksen? Ey, ich kann ja gar nichts machen. Scheiße, aua. Ja, Mann. Wie mache ich das denn? Ey, scheiße, wie geht das? Au. Schreise. Das ist da weh. So, nochmal. Wie mache ich das denn? Ey, der kann ja gar nichts. Leute, helft mir. Oi, 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 oi. Wie mache ich das denn, ey? Der Typ, der kann ja gar nichts, Mann. Ach soo. Ach, das geht ja gar nicht beim Sprung. Okay. So, jetzt aber. Scheiße, da war zu... Au. Das hat wirklich wehgetan. Boah, das ist zu nah. Komm her, Stückchen. Oi, oi, oi. Boah. Muss ich den jetzt echt von hinten pieksen, oder geht das auch von vorne? Ne, ich glaube, das geht nur von hinten. Wupp. Scheiße. Nochmal. Bam. Yeah, burning out. Brenn, baby, brennt. Kratzt du jetzt mal im Hinterkopf, was ist überhaupt los? Ich glaube, der checkt gar niemand, was los ist, ey. Aua. Scheiße, Fettsack, ey. So, nochmal, weil es so schön war. Wow, 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 wow. Und check. Ey, scheiße, der hat sich umgedreht. Oder war es das etwa? Sieht so aus. Ach, du scheiße, ein Cyborg. Ja, identifiziert. Ein Arschloch. Wow, schnell weg, 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 weg. Wow, 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 wow. Okay, der Typ ist anscheinend ein Cyborg. Warum auch immer. Au. Scheiße, ich gehe hier voll sterben, Mann. Ich brauche Schokolade. Schnell. Oh, Mann, ich glaube, ich renne hier erstmal eine Weile im Kreis rum und warte, bis die Schokolade wieder da ist. Oh, ich gehe hier voll sterben. Au. Äh. Äh. Ja, kommst du mal her, ey? So. Lalalalalalalala. Uiuiui. Wie soll ich den denn jetzt treffen, Mann? So, jetzt aber. Zack. Hab ich den echt getroffen? Bam, 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 bam. Ey, Kollege, du solltest das lassen. Yeah. Oh nein, wir fallen hinterher. Waaaaah. Scheiße, Mann. Sind wir jetzt doch tot? Wow, wow, wow. Autsch. Voll gerade gebrochen. Ne, noch alles dran. Okay, er hängt fest. Jetzt doch nicht. Au. I think I hurt my leg. Au. Oh. Okay, mit seinem Fuß ist was nicht in Ordnung. We showed him, didn't we? Wohl verstaucht. That was a piece of cake. A piece of cake? Hä? Äh, Leute. Ach du Scheiße. Die Musik gefällt mir nicht, ja? Mir gefällt sie auch nicht. Oi, 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 oi. WOOOOOAH! Scheiße, Mann! What? Scheiße! Schnell weg, der Conker! Wow! Boah, war das knapp. Halleluja. Wow, 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 wow. Schnell weg, 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 weg. Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Ach du Scheiße, ey. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Leute, helft mir. Wow, 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 wow. Ah, ich glaub, ich weiß was. Hat er das Holz getroffen? So, erstmal Schucki. Hm, yum, yum, yum. Ah! So, da komm mal her, Typi. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her, damit du schon einen Stromschlag kriegst. Und? Und? Ja? Äh, okay. Yeah, es geht doch. Okay, mal guck, treff ich jetzt? Scheiße, war an. Scheiße, nicht getroffen, weg. Au! Ah, das tat weh. Aua. Oh Mann, Konka hat es wirklich mit dem Fuß der Ärmste. Komm schnell her. Wow, 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 wow. Ja, warum tut ihm dein Wasser jetzt erstmal gerade nichts? Hallo? Komm schnell her. Komm her, krieg einen Stromschlag. Yeah. So, jetzt dreh dich. Dreh dich. Scheiße. Scheiße, Mann. Mann, warum hat er denn jetzt nichts gemacht? Au! Und ich bin tot. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Mann. Äh, ja, ich will diese Bitte überspringen. So, nochmal von vorne. Wow, 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 wow. So. So, erstmal das Röhrchen suchen. Wo haben wir denn eins? Da. Ja, vorher mal schon mit deiner neuen Millimeter. Scheiße, aber wie kann ich's denn drücken, während der springt? Das funktioniert doch gar nicht. Okay. Okay, so funktioniert das nicht. Vielleicht Doppelsprung? Nö. Okay, so funktioniert das auch nicht. Okay, nochmal. Vielleicht war ich auch zu nah oder sowas. Ah. Funktioniert ja doch. Wow, jetzt schnell nochmal weg. Weg, 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 weg. Ja, Feuer nochmal schön. Ich versteck mich hier von dir. Und ich werd hier jetzt erstmal mal speichern. So, yeah Okay, wow Schwein gehabt Das war voll den Kopf getroffen, aber egal So, da kommt nochmal her, Typie Jetzt muss ich nochmal schocken Yeah Okay Und nochmal Yeah Und der nächste Arm ist ab So, und das letzte Rohr da hinten So, schön verstecken Nochmal speichern Ja, kommst du her Komm, 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 komm Komm, komm, komm Ja, komm her, komm, komm Ja, komm her, komm, komm, komm So, ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein Und zack Alle guten Dringe sind drei Yeah, der Typ ist furcht Oder doch nicht Doch, er ist down Und schwingt der Zeil nur noch einmal ab Geil Ähm, hey, Frankie Hey, Frankie, wo bist denn du? Oh nein Oh nein Da liegt der Ärmste da Total zerbrochene Arme Du, du siehst nicht so gut aus Aber ich bring das mal in Ordnung Schau mich doch an Ich bin ein zerbrochenes in zwei Ich bin nur noch Feuerholz Oh nein Oh, du bist okay Komm Was machst du? Well, ich habe eine Idee Okay, mal sehen Volles Klebebandgeräusch Oh, wie nett Er hat den repariert Mit Klebeband Na, hoffentlich hält das auch Du siehst aus wie neu Sieht gar nicht immer so schlecht aus Ja, du siehst großartig aus W-what do you mean? Oh, that's great You know, thank you, Mr. Skrull Oh, danke bis dahin, Jönchen Ja Noch nie war einer in der Welt so freundlich zu mir Ja, vielleicht weil du die falschen Freunde hast, Kollege Oh Okay, ja, no need to get sentimental Anyway, we gotta find a way out of here now Yeah, you could be right Ja, wir müssen hier irgendwie raus Oh, oh, das sieht nicht gut aus Typical Oh, ähm Äh, anywhere, Mr. Skrull I, uh, I gotta go See ya Ey, der haut einfach ab und lässt uns hier im Stich Ja, es ist Zeit zu schwimmen, Kollege Äh, äh Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, gibt's schöne Stromschläge Ich speicher hier nochmal So Aber ich würde sagen, Leute Gleich beende ich den Part Mit nach vier Minuten Oh Gott Bin ich hier jetzt überhaupt richtig? Wo waren die scheiß Leiter? Ne, doch, da steht Exit Also muss es hier richtig sein So Und hoch da, Conker Schnell, 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 schnell Lalalalalalalala Ach du Scheiße Die Musik Wow Oh Scheiße Ich weiß jetzt schon, dass das nix wird Nein, nicht wegstecken, Conker Was machst du denn für die Scheiße, Mann? So Du zuerst Oh Mann Conker Zieh doch mal richtig Verdammt Scheiße, Mann Warum treffe ich nicht? Scheiße Wow Komm schon, Mann Ich gehe hier voll Bläh Jetzt Ah, doch, es geht doch Gut Ne, das zuerst Scheiße, Mann So, nochmal So, das ist weg Na, treffe ich das da oben auch? Mal sehen Ne, offenbar nicht Na, komm schon Scheiße Ich muss über ein Kabel übersehen haben Aber wo denn? Scheiße Ich bin wieder tot Verdammt Noch mal Darf doch nie wahr sein, ey Wo hab ich den Kabel übersehen? Gibt's doch nicht Ähm, ne Leute Ich würde sagen Ich beende hier den Part Und sag dann einfach mal Ciao Bis zum nächsten Mal Mann ey Das darf doch nie wahr sein Ich bin wieder da oben Ja, der ist das